Let´s goooo Ah, schade Wo geht´s denn da? Ah, von da hat er offen Ah, der König will sich damals ein Pöckchen holen gehen Achso, da sind wir Aha Oh, jetzt habe ich ein Stinktier freigeschalten Aber jetzt kann ich nichts mehr machen Ah, ich bin gestorben von der Box Hä? Da war´s nicht wir Probier´s nicht schon Okay Wow Man, wer hat den Scheiß am Bruder angelegt? Hä? Also wie wir blockieren? Du bist auf mir drauf gestanden Du bist auf mir drauf gestanden Du bist auf mir drauf gestanden Ja, aber ich habe Kollision und mal hinten Ich weiß nicht, wie fand ich wirklich spannend Da ist ein Stachel drauf da außen, jetzt sehe ich es erst Und da ist ein Stachel drauf Und da hat er halt zu vorne geströmen Wo ist das denn? 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 Kannst du machen, dass man durchrutscht durch das Ziel? Oder blieb man immer stark? Nein, wer hat den Sensor vorne eingesetzt? Oh 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 wow Oh Den könnt ihr da nicht so relaxen Was macht die blöde Blumen? Ich weiß es nicht Nix, die watscht da auch, aber erst wenn du länger dort stehst Ja, 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 ja Ah ja Aber perfekt getroffen, weißt du Hedge hat auch neu Ah, der König ist durchgekommen Ja Lol Das macht der Grosche Das macht solche klein einfache Ah Ah Ah, ich bin gestorben Haha Ja, war das toll ist ja auch nicht Der Markus hat geschopft von hinten Ja Das hat richtig auf 51 Ja Er hat uns beide ins Ding hineingeschopft Jawoll, hineingesprungen Einmal nur von dir Und einmal Und einmal Und einmal Und einmal Er hat uns beide ins Sägeblatt hineingeschopft Hm Ungling Und einmal Mag wie nie Haha Oh wie wie Da oben ist der scheiß Block hier rein, was soll's denn das? Kack Blume! Ja genau! Nein! Ja genau! Ja genau! Da bin ich maximal ins Schwitzer gekommen. Die Münze gibt auch noch mal. Ja, die hab ich eh vertoilt. Ich hab gedacht, die Dupf liegt irgendwas. Ja, mir noch mehr Punkte gegeben. Ja, was ist, wenn ich das mach? Bist ich geschlafen, Markus, oder? Nein! Wow, echt jetzt! Ja genau! Scheiß Blockerei, was soll denn das? Aber warum machen denn die Level immer so einfach durchs Abkürzung? Ist doch viel lustiger, wenn's schwierig ist. Ja, vielleicht merkt's mal jemand nicht, dass es da Abkürzung gibt. Ja, das ist echt gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Oh, der auf der obersten Stufe, der mit mir schön ausrutscht. Ja. 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 Die blöde Blumen. Ich hab gemeint, durch die Blumen kann man durchlaufen, da bin ich auch noch festgehängt. Also Guni, sag was gehst. Ah, fuck. Hahaha. Zu schwierig. Ja. 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 Alles klar, okay. Ja. Ja. Boah, da geht es voll mit raus. Ja genau, oder? Ich habe der Mimi als Ramping, damit ich wieder springen kann. Ich habe ihn nicht gesehen, dass er nicht mehr da ist, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Leider nicht. Du musst irgendwo drauf liegen. Heide sei irgendwo für platzieren. Du musst was anderes rum. Der Pfeil muss abbezogen. Was abbe? Der Pfeil muss abbezogen. Da liegt der schon. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Ah man muss die Münze mit ins Ziel bringen. Ich hab gemeint, ich hab jetzt gewonnen. Hast du gemeint, du kannst dir die Pünktchen holen oder wie? Ja ich hab gemeint, ich hol mir jetzt die Pünktchen und gewinnen. Halt die Kacke. Ich spring gleich jetzt mal drüber hin. Ja jetzt mal denk, scheiß Kamin. Boah. Ja. Ah. Nein. Oh doch. Oha. 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 Egal. Ich bin ins Sägeplatte in den Kuh. Hallo Marco. Da ist jetzt da noch gestanden, der Eichhörnchen will spielen für Vivi, aber es ist nichts passiert. Nein, du hast jetzt Eichhörnchen freigeschaltet. Bis zum nächsten Mal. Easy Win.